Guten Morgen, ich bin Joost Kobusch, ich bin Profibergsteiger und studiere an der TU Chemnitz Sports Engineering. Hier habe ich heute Nacht geschlafen. Ich bin gerade auf 3800 Meter Höhe unterwegs am Mont Blanc und ich würde sagen, ich wünsche euch einen wunderschönen, guten, mega fetten Start in den Tag, Leute.